Eine kleine Bonus-Folge zu Let's Play Division, einmal Solo, denn... Ich habe gerade vorerst noch vorzuarbeiten, aber gut. Gerade hier in der einungspassisten Folge, gerade hier vor unserer Basis. Wir gucken mal, was wir so machen können. Und zwar versuchen wir ja immer noch hier ein Gebiet zu klären. Und zwar denken wir hier noch an Chelsea. Und zwar an das hier, weil die Tür ist noch verschlossen und da wollen wir jetzt auch mal hin. Jetzt wird es aber eingeloggt und dann nehmen wir mal los. Ich muss mich wieder erstmal dran gewöhnen, dass es hier noch so ein bisschen flüssiger läuft als ein Armour, weil ich habe ja auch gerade noch Armour mit Alliance zusammengemacht, um für Urbi wieder vorzuarbeiten, damit wir wieder ein super krasses Fahrzeug vorbringen können. Aber gut, ähm... Dazu später mehr. Jetzt wollen wir erstmal nochmal looten hier. Warum spiele ich eigentlich mit Maus der Tastatur, wenn ich einen Controller habe? So, wir machen mal ein bisschen Werkzeug gesammelt. Ist doch auch mal mein Feind. Später machen wir den Baumarkt hier auf. Naja. Jetzt einfach mal in Ruhe weiter. Tatsächlich immer noch da ist, weil ich was vergessen habe, oder... Naja, schreibt mal in die Kommentare. Eigentlich sind da auch noch Nebenmissionen, aber ich will die über die Biete komplett geklärt haben. Vielleicht bringt das ja auch noch ein bisschen was. So, grüßet man dich außerdem an dieser Stelle. Oh, hier ist ein Bedürftiger. Sie haben mich gerettet. Danke. Soft. Irgendwie so eine Jacke. Oh, ihr kriegt. So, da ist auch wieder was. Und zwar sind hier wieder... JTF Leute? Erfasse ein Echo in der Nähe. Oh, guck mal. Echo ist zusammen. Ach so, ja. Die Herstellung abgeschlossen. Echo aktivieren. Hier. Teilen Sie es sich ein, okay? Das Essen gehört jetzt uns. Lasst alles fallen und seht zu, dass ihr Land gerimmt, verdammt. Back das ein. Als nächstes geht's zum Garten. Na, super. Ah, läuft er wieder hier. Ich merke auch gerade, dass es jetzt so extrem laut ist. Werden wir mal kurz hier rum experimentieren. Und zwar, so müsste es besser sein. Aber gut. Wir müssen hier irgendwie rein. Hier ist eine verschlossene Tür, aber... Nee, hier, so kommen wir nicht rein. Da müssen wir... Da müssen wir von der anderen Seite rein. Jaja, lass mal ruhig, Isaac. Du, mach mal wieder die, äh... Mutantenplatz da bei dir. Wir machen das hier. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, reinzukommen? Oder übersehe jetzt hier ein Krawasi? Oh, der hat abgründet. Natürlich alles unter meinem Level, aber... Erstmal haben. Dafür, dass ich sowieso immer daneben geschossen habe, muss ich ja hier hinkommen. Unter anderem sollte die Gruppe mal langsam, lang... Ja, langsam dabei sein und mal ein bisschen was demontieren. Das kann ich ja jetzt mal machen, damit... Wir auch hier wieder den Tipp von, äh... Willi wieder entgegenkommen. So, dann fangen wir mal an. Äh, hier, so was hier zum Beispiel. Können wir alles... ...zerlegen. Schrott zerlegen mit L. Achso, die haben wir ja... ...hier setzt hier noch... ...gucken wir hier noch mal. Gibt es noch mal Pistole? Auch noch mal schönes Werkzeug, okay. Gucken wir mal hier. Hier ist nix. Hier ist nix. Ach ja, genau, die Zahlen. Auf die müssen wir immer achten. So. Haben wir angelegt. Das können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Und dann jetzt weiter. Hier gibt es auch noch mal was. Das haben wir... Aha! Gucken wir mal hier noch an. Die haben wir halt meinen Lebenspunkt auch, was schön ist. So, um mich herum wird natürlich... Ist also ein bisschen explosiv, okay. Wird jetzt im Wild rumgeballert. Und... Ich glaube, das war's erstmal. Und tschüss. Oh, wieder zwei Mal da nie mehr schossen. Oh, aber na gut. Die Leute werden's bedanken. Ich würde mich auch nicht kämpfen wollen. Was? Entschuldigung, ich hatte gerade zu tun. So. Alles klar. Hier, das Echo ist jetzt erstmal völlig Wurst. Wir müssen hier irgendwie lang. Ach, guck mal. Ich glaube, ich weiß, wie wir hier rinkommen. Da hinten ist doch die Gasse. Da hinten jetzt runter. Das ist alles. Hey, heute ist auch von Ewig und Lauf. Du gehörst hier nicht hin. So. Und schon haben wir die hoch geregelt. Glaub mal, wir müssen hier runter. Oder auch nicht. Der Marker zeigt mich... Hierher. Aber ich hab's keine Möglichkeit, reinzukommen. Ich möchte jetzt aber kein abspielbares Echo. Ich will hier irgendwie reinkommen. Oder wenigstens möchte ich wissen, wie. Wird hier keine Gasse oder so, wo man hier mal rinkommt? Oder wird das erst später freigeschaltet? Ja, also irgendwas mach ich hier noch falsch. Oder guckt man denn von dieser... ...diesen Kullideckel hier runter? Kann ja alles möglich sein. Aber ich glaube, hier sind wir auch falsch. Ja, offensichtlich sind wir hier falsch. Ich bin jetzt ja immer weiter weg. Ah ja, dann kann ich's mir eigentlich schenken. Ich hab's ja versucht. Oder schreibt ihr mal in die Kommentare. Auch das mal wieder bitte. Ob man nicht irgendwie rinkommt. Hallo, Hund. Musst du mal? Dann lass ich dich halt machen. Mach mal. Ich guck auch nicht. Achso. Ist dir egal. Na gut. Ach, Mensch. Wie kommt man jetzt in dieses Gebäude rein? Irgendeine Möglichkeit musst du doch heben, hier in dieses verschlossene Gebäude reinzukommen. Weil ich seh jetzt hier keine Möglichkeit, irgendwie da mich reinzufriemeln. Oder ist das irgendwie in einer langen Gasse dahinter? Und der vielleicht von der anderen Seite rein? Ach, auch zu quatschen. Ich bin ein ganz netter Killer. Ach, da hier ist eine Gasse drin. Vielleicht können wir ja da irgendwie was probieren. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier. Warum nicht? Gehen wir mal mit dieser Gasse hier. Aha. Guck mal. Da vorne sind doch ein paar Spinner. Gewesen. Hier war noch was. Hier war noch was zum Einsammeln. Und da ist eine Kiste. Ja, bei Kisten freut man sich natürlich besonders. Vor allen Dingen, wenn sie denn nur noch Rucksäcke und so weiter alles verteilen. Ist auch immer was Schönes. So, warte habt ihr beide. Hier habt ihr so ein Erste-Hilfe-Kit-Zeug. Von dem mein Inventar sowieso nicht betroffen sein kann. Weil es ja eben zu diesem Aspekt erstmal voll ist. Mit dem gewissen Gegenstand. Ja, das sieht doch viel besser aus hier. Warnung. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Das hatten wir schon, wa? Aha. Ja, Maskata dran, sehr schön. Dann gucken wir hier mal uns durch. Laminiert. Laminiert. Äh. Objekte gleich anlegen, wa? Gucken wir hier mal. Hier ist nur so ein bisschen Loot. Okay. Verschlossene Türen bringen also auch nochmal schöne Sachen. So, dann ist hier hinten noch was gewesen. Ja, natürlich. Ein Kühlschrank. Viele kriegen wir hier immer unsere Müsli-Riege wieder. Oder wir sind voll. Aber ich glaube, das hatten wir hier schon gemacht, ja. Hier. Hier hinten gibt's aber noch irgendwas. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Hm? Habe ich hier irgendwas übersehen? Nee. Oder weiter oben denn? Ja, offensichtlich weiter oben. Ja, jetzt sehen wir doch besser. Was hier Sache ist. Jetzt nehme ich nochmal zwei solcher Objekte. Einen davon können wir noch nicht benutzen. Alles klar. Oder nicht mehr. Dann ist hier ein Rucksack mit Nutz los. Alles klar. Nee, komm, bebittet haben. Dann können wir mal wieder weitermachen. So. Oh ja. Das sind gute Sachen. So läuft es besser. Dann haben wir noch links von uns etwas. Was? Der hat schon wieder was grünet. Gucken wir mal. Der ist ja zwei Sachen grün. Alles nehmen. Wir haben immer noch 22 vor 45 Sachen. Was können wir denn noch verschrotten? Ja, natürlich. Hier sind noch Unterlauf. Nehmen wir mal alles runter, was unter 7 ist. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Natürlich alle grauen Sachen. Nehmen wir den noch weg. Nehmen wir den noch weg. Nehmen wir den noch weg. Oh, davon haben wir... Ne. Alles klar. Okay. Jetzt sieht es natürlich schon ein bisschen besser aus. Nur noch 10 von 45. Dann haben wir ja wieder ein bisschen was recycelt. Weil später können wir... Oh, guck mal. Dann haben wir noch mal noch weg. Zack. Und... Zack. Ne, doch nicht ganz. Zack. Jetzt sieht es besser aus. Sind die noch mal irgendwo welche? Ah, sind noch zwei. Okay. Der hat noch mal Munition für mich. Da muss doch noch was Besseres sein. Eine einfache Riese. Ah. Gut. Nachladen. Dann sind wir wieder schick. Sie haben es echt rumgerissen. Die beiden Leute hat es auch noch hingekriegt. Scheiße, wie machen Sie das? Wir hätten das auch ohne Sie geschafft. Keine irre an Ihrer Seite zu kämpfen. Mhm. Mhm. Noch mehr von den Vollpfosten! Kein Kommentar. Oh, wir brauchen noch ewig, bis wir den... ...Level abhaben. Wer, der unglaublich schnell durchgezogen hat, in Level 20... Äh, beziehungsweise in Level 30 zu werden, ...ist ja wieder Luna gewesen. Also... ...schaut doch mal auf Ihren Kanal und Ihren Livestream vorbei. Besonders Ihren Livestream. Äh, der hat mir angetan, weil... ...kann sich echt gut mit ihm unterhalten. Deswegen finde ich das gerade bei ihr so praktisch. ...Praktisch. ...Gesundheit. Hm. Ich hoffe, dass ich etwas für Sie machen kann. Ah, Aligato. So. Seine, der ist aus Scheinertown. Dafür kann er in, da weiß ich nichts. So, hier war irgendwas? Ne. Ach, wir können uns ja mal kurz mal um eine neue Mission kümmern vielleicht. Ähm. Drücken wir mal M. Sagen wir mal, hier ist sowieso alles durch. Hier gibt's noch so Kram und so. Ja, gut. Äh. Nebenmission. Warum machen wir nicht mal eine Nebenmission? Agent, Sie müssen die Überwachungskameras bei der Highline finden und sie wieder online bringen. Ich hab sie für bevorstehende Castings genutzt. Nun ja, man kann sie auch anderweitig verwenden, aber das hat mich wirklich weitergebracht. Und unseren Dienst für die Bevölkerung natürlich auch. Sie wissen schon. Ende. Es tut mir leid, okay? Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass es Ihnen gehört. Das ist ein fairer Kampf. Macht euch bereit. Ah, komm schon. Bitte? Nein, geht's. Für die brauche ich natürlich keine Kopfschüsse. Aber treffen sollte ich trotzdem mal. Na? Ach, das war's schon. Na gut. Gucken wir uns mal ganz kurz noch um Munition. Okay? Und gehen mal ganz in Ruhe weiter. Oder im alten, natürlich. Aber da vorne ist schon wieder was los, oder was? Tatsache. Ah, komm, du brauchst ihn nicht verstecken. Das hat mir Spaß noch. Ich muss nur länger durchhalten. Ach, warte, komm. Du kriegst heute extra Mühe. Du Bastards! Ups. Hm, Karabiner, okay. Noch mal ein bisschen Munition. Ah, hat sie sich ja wieder ein bisschen gelohnt. Wir sollten uns wirklich weniger damit rumschlagen, hier irgendwelche Leute zu retten. Ja, Plünderer, lassen wir jetzt mal. Ja. Rechtsum. Gut, weiter jetzt. Eine einfache Risiko-Gewinn-Rechnung. Du hättest einfach weitergehen können. Sag tschüss. 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 Dann hab nochmal tschüss. 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 Tschüss hier nicht her. Doch. Ah, hier bin ich genau richtig. Hohoho, bin ich schlecht am Schießen. Immer noch. Nee, fass es nicht. So oft hat er den geschossen. Ah, das ist wahrscheinlich meine Müdigkeit, die mir ist hier ein bisschen plagt. Aber ich brauche mich nicht entschuldigen, ich hab einfach nur schlichtig geschossen. Die Müdigkeit ist halt kein Hindernis. Wissen wir hier hoch? Offensichtlich. So. Hallöchen. Ja, guck mal, hier ist der Watt. Okay, 125 Highline. Ach du meine Güte. Ernsthaft jetzt. Da hinten ist die nächste. Wir sollten einfach nur einen Knopf drücken. Davon 1,25 ist ja natürlich wieder eine ganz normale Sammelaufjahre hier. So. Wieder 68. Mehr. Aber mir geht auch so ein bisschen gerade die Munition aus. Hier ist ein M1A Classic wieder. Da vorne geht's lang. Ja, von diesen Dingern hatten wir Obi mal erzählt. Ja, habt ihr. Diese alten U-Bahn-Bleise. Wow. Explodiert dein Kopf hoch? Nö. So. Schauen wir mal. Hier oben müssen wir lang. Okay. Ah, na toll. Dann müssen wir jetzt hier rüber, oder was? Ah, da hinten geht's lang. Okay, jetzt sind wir wieder kurzzeitig in Chelsea. Nennen wir kurz hier rüber. Weil wir sonst nichts zu tun haben. Und die nennen da hoch. Oder auch nicht. Echt jetzt? Kommen wir nirgendswo hier rüber? Ja. Haben wir. Ich werde diese Güte weitergeben. Ah, da ist noch noch was. Einfache Winterjacke. Hier kommen wir echt nicht hoch. Ah doch, hier ist ne Leiter. Sollten wir dann auch aus der richtigen Richtung beenden nutzen. So. Alles klar. Wie? Kannst du jetzt da nicht rüberhüpfen? Okay, Leute. Von Ubisoft. Da müsst ihr nochmal dran arbeiten. Weil hier kann man nicht rüberhüpfen. Und. Geh dann irgendwie auch nicht. Guck mal einer an. Knopf drücken. Wenn wir hier auch hochgekommen. Offensichtlich nicht. Na ja, dann nehmen wir weiter. Wird natürlich in etwas längerer Folge. Habt ihr euch hoffentlich schon drauf eingestellt. Also. Also. Und dann nötigst es hier. Bitte sag mir, dass wir hier rüberkommen. Ja. Und hier auch. Ihr Einsatzziel wurde aktu... Aktivieren Sie das Energie-Rallee. Hä? Ach so. So. Bestätigung. Lokal Stromnetz online. Super. Und jetzt hier landen, oder was? Tatsache. Dann haben wir die Schaft. Kann die Folge beenden. Ne? Doch noch nicht? Dahinten noch was? Meinetwegen. Gehen wir da nochmal hin. Wir werden ja auch dafür... Naja. Werden wir dafür bezahlt, dass wir hier rumgammeln? Es wird schlimmer und schlimmer. Er vermisst seinen Vater. Auf mich hört er gar nicht mehr. Ja. Ah, ist noch jemand. Gewesen. Ja, gewesen. Hier ist nochmal Munition. Sehr gut. 41. Jetzt aber. Hier sind wir richtig, oder? Ja, leider. Soll ich dir mal ein bisschen Blei zum Fressen geben? Kannst du auch. Ah ja. Und erst mal mein Schussfeld. Ist der hier irgendwo? Ah, Tatsache. Ja. Alles klar. Keine Gässl-Energie-Relegentlich aktivieren. Bitte. Ich wäre zu freundlich jetzt. Oh, guck mal. Mineralwasser gekriegt. Gehe jetzt offensichtlich nicht hoch. Wie kommen wir jetzt da hin? Ich ahne da was. Ah, ein bisschen Parkour, um fit zu bleiben, natürlich. Okay. Hier lang. Und hier sind wir dann wahrscheinlich richtig. Sekundäres Energie-Releg. Können wir von oben nicht aktivieren. Bestätigung. Lokalen Stromnetz online. Ja, der kann selbst der letzte Dödel eigentlich. Hier kommen wir nirgends wo rüber. Also müsste man den ganzen Weg wieder zu, oder? Nö. Gar nicht. Wir können ja gleich hier lang. Ja, wer sich hier ein bisschen hinguckt, der kann ganz schnell erfassen. Alles klar. Hier können wir noch. Ja, das tut man nicht so. Hat nicht wehtan. Jetzt aber. Jetzt können wir hier. Ne? Schalter, Knopfdruck und... Gute Arbeit und wir wissen das zu schätzen. Ich wollte noch sagen, dass unsere Kostümabteilung ein paar gute Ideen für Spezialagenten-Outfits hat. Falls Sie deinen Kontakt brauchen, fragen Sie mich einfach. Ach, der Keller wieder. Na gut, wir sammeln hier noch schnell die Munition auf und dann war es das auch wirklich mit dieser Folge hier. So. Alles klar. Warum hier die Gegner auf immer angezeigt wurden und dann nicht. Ist doch egal. Gut. Für mich war es das erstmal. Ich habe jetzt eine Folge für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke nochmal für eure Unterstützung, für diejenigen, die hier meine Division gucken. Ganz besonders natürlich an Willi, der ja immer fleißig Kommentare abgibt. Und genau das wollte ich eigentlich immer. Danke nochmal. Tschüss.